Ich würde vorschlagen, wir treffen uns um 18.30 Uhr am Autospielplatz und dann machen wir schon eine kleine Anreise auf die Felder und wenn Jakob und Olli kommen, dann können wir auf die Wiese gehen. Klicko, huddle hard around, skr, ride durch die Town, uh, uh, weiße noch flog, ich stand ich chill in der Trap und ich smoke einen Blunk. Früher war ich ein Flop, jetzt pull ich ab in den Porsche und droppe das Top. Moneyboy kommt mit der K und schießt, Hater, sie reden doch auch keine Beef. Brigger, ich droppe nach Bricks und Pines, das ist so bis zu wie Ketchup von Heinz. All meine Boys sind echt crazy, ich kam aus der Trap, bein' Crack, baby. 2021, New Mercedes, stay in der Kitchen und whip, whip. All meine Diamonds to trip, pull out zu dir und verkauft in nem Brick, uh. Ich stand in der Trap und ich tutsche, Cracker hat einen unter Schuss. Rate mal, wer mit der Jocker spielt, lass dich verstehen, wie kommt er viel. Flip einen Brick mit der Spatula, all meine Diamonds from Africa, designe mein Trip, nicht alles drin, ich rülp' als das Top und hab Marley's da. Oh, oh, oh. LSD wird als Heilmittel für Krankheiten aller Art getestet, von Alkoholismus bis Autismus. Sogar die CIA und die Armee beteiligen sie. Sie testen LSD an ihrem eigenen Personal, um herauszufinden, ob es sich als Geheimwaffe zur Gedankenkontrolle eignet. Doch diese britischen Soldaten erwiesen sich als vollkommen unkomponierbar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020